quest abschließend ja müssen selber eine bahn haben sie gar hat sich lohnt aus mit xp alter zinno war ja gut dann geht euch das portal mal durch halt aber nicht da lang das ist bebe da kann man lang gehen ich bin gespannt wo man kam und ab geht's calmus irgendwas nächste ladesequenz incoming way da muss man gleich noch kurz heimgehen und ein bisschen wieder was kraften und ist echt wahrscheinlich demnächst eine lagerhalle und so kerle kerle weil das haus muss definitiv jetzt erweitert werden das geht so nicht mehr das müssen wir ausbauen dann müssen wir noch einen kerker basteln muss man ganz kleine liebe tiere einsperren natürlich freiwillig das und haus okay in der seite weltkonstruktion vielleicht crazy aus vor flammen rubin das wird ein käschen wir gehen jetzt mal heim ich weiß meine ladesequenz aber wiii war unser gesicht hat wirklich ernsthaft der weise in kbs ich möchte jedoch glaube ich lieber nicht weiter über diesen gedanken nachdenken nein 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 definitiv ein ganz großes nein macht nein das lassen wir lieber so junger siegel ja mein wohl ist immer wieder junger siegel und apropos komm mal herr könnte ich jetzt killen ich bin ich mir nicht ne dauert zu lang dauert zu lang wenn ich ein bisschen training machen jetzt lass doch kann man lösen jetzt sowas müssen wir da rüber so 115 schleifsteine da war ich dir ja ein stein ich auch schon annehmen nehmen wir kommen nachher herrn gehen irgendwo hin und und von da war was kann man auch hier auch machen wenn man das alles ebnen ist ja scheiß egal da guck da kann man ich deine freunde rein aber die wollen gerade nicht alle ist ein doof so jetzt müssen wir kurz mal gucken äh was war das wollte ich doch gar nicht das kann rein das kann nicht rein das kann 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 auch rein der pilz kann rein der pilz kann ich auch rein das weiß ich da haben wir doch ein stack voll das ist okay nee das geht nicht das weiß ich da haben wir holz wir haben holz auf jeden fall ist einiges das ist schön das gefällt mir das geht nicht rein okay so ist mal da noch mal drin anders zusammen zeug so dann kommt es da rein dann haben wir da mal ein bisschen holz mit dazu müssen das auf die kante und so ein stack nehmen einfach mal mit nix so und da haben wir wasser drin perfekt da wasser rein hobbie nennen wir mal raus ah die knochen habe ich drüben noch verdammt ich da kommt es auch noch ein den splitter lasse ich mal der frosch kommt da kann da kein platz mehr verdammt da muss der frosch da rein werden frösche verstaut man wie kaputt ist das hier bitte ja okay du bleibst draußen du willst du nicht reinkommen kannst du gesagt du kannst reinkommen du willst du nicht so aber was ist man auf dem drang einfach heiltrank 220 leben was macht er 130 reicht das mal so kurz raus da mal kupfer das können wir da reinschmeißen kohleblock lassen wir bei uns trotz wieder ruhenblocks maragde paketen fast können weg das will ich kurz testen süß ist aber cool gut dann kommt das da noch rein das ist ein anderer stein da noch mal einfach mit das bleibt auch da das bleibt da das kommt dann dahin das kommt dahin sind berries die nehmen wir auch mal mit jetzt in die wird fortgeschmissen so ganz einfach gut da müssen wir jetzt ein und wir zwar brauchen wir zaubersprüche feuerball stufe 2 max 6 und max 6 maragdinger what the fuck wir scheinen nach einer langwege aktion auszusehen das ist bei dir aus mit upgrade vier eisenbahn haben wir auch nicht und bei dir 20 basalsteine keine ahnung also müssen wir wahrscheinlich aus dem gebiet kommen wo wir das machen könnten verdammt 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 bitte bitte aber das stört mich jetzt gerade wir haben den halben planeten jetzt noch umwandelt betonung auf halb da kann man theoretisch noch hingehen müssen wir das noch finden wenn wir jetzt hochgehen und rüber sind wir beim endboss alter wieviel stücke sind es hier in holi das ist ja das sind mehrere bosse mehrere eben acht ok da unten war man da war jetzt zuletzt nee da kann man nicht zuletzt gewesen sein wenn man da zuletzt da geht es mit ausgarnert weiter verdammt kalums anrecht ja genau hoher flamme rubin kupferts sandblock ja das ist assi brauchen wir uns gerne groß umgucken erst dann müssen wir da hin dann müssen noch einen zweiten weg finden oder überhaupt einen weg finden das ist nicht gegen wasser empfindlich ja super das bringt man nix ich habe nichts gegen mal ich habe nie mal erde ich glaube hier äh erteilt erdschaden stark gegen elektro manner generation plus eins das könnte man aber ich glaube ich brauche viele grün aus maraght warte mal das kommt doch hier und da ja wenn ich meine dinge ist jetzt der fetzte aber hatte ich da nicht mal ein backpack ne aber wo war das ding habe ich da reingeschmissen ich hatte doch davon grad was bin ich jetzt doof hoffen ich jetzt bauen kern wahrscheinlich na ja ich auch nicht gebaut HOHÄHÄHÄHÄHÄHÄH queda Bрач oh Dammit kein accessory gut bauen können verdammt x2 Und das ist jetzt doof. Was geht hier? Manuelle Herstellung. Einfacher Heiltrank. Brauchen wir Karotten und Wasser. Was weiß, wir müssen Karotten anpflanzen. Was ist das? Palmfrucht. Da bin ich. Rumische Berries. Mächtiger. Da brauchen wir zwei Sachen. Feuerbeeren und Magenta-Beeren. Äh, Telekom. Ich muss Telekom anpflanzen. Wie geht? Hatte ich nicht irgendwo Karotten? Was ist da? Karotten-Setzling. Genau. Den hab ich mit. Lassen Karotten selber. So, dann pflanzen wir mal kurz Karotten. Ähm. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Ich bin mit Raketen. Keine Ahnung, was ich anstellen soll. Ja, die kann man hier oben anpflanzen. Ich hoffe, die wachsen schnell. So, Karotten-Setzlinge. So. So. ich dachte schon da steht schon was perfekt schon fertig die ganze baumwolle ich habe gedacht man braucht so übelst viel da braucht man fast gar nichts davon aber das eine mit dem es mal kurz was was zum abklären für mich wo war das blöcke werkbank schmelzofen stufe 2 landeplatz schuldmann eine bettung stufe 2 ja da brauchen wir zwei eisenbahnen der schutzwahl platzieren magischen schutzwahl aktiviert ihm ja im portal stehen in der richtigen farbe der schutzwahl hindert gegner daran in der umliegenden gegner neu zu erscheinen was heißt ein umliegend welchen radios reden wir hier dann das ist so dass man die vorstelle für nichts nutzen können wir können uns nicht mal selbst verbrennen voll doof ja wenn ich mal die hexe verbrennen so ein scheiß ach es ist aber knusprig hier schon gewachsen ach mann weil da drüben laufen ist so rindsköpfe rum ist doch scheiße aber total hier ne mega hart die baumwolle inzwischen gehen wir jetzt noch hin und suchen noch ein bisschen was ich glaube doch das ist die eine eben die suchen wir noch ab mit die hier ja ja sie gegen was alle okay und feuer los geht's 3 um sie wirklich jemals wird mir dort ankommen wird mir jetzt jemals erfahren wie es ist ein eisenteil abzubauen ich glaube es weniger das schöne ist wir wollen uns hier keinen stress machen wir frittieren hier einfach alles weg jetzt ein arsch voll kupfer wobei wir gerade kupfer nicht genügend haben da kriegen wir was raus na ja ja ach da drüben haben wir ja schon da ist ja perfekt ist aber gefährlich hier das kann man so nicht eingehen nö 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 geht aber nicht das wollte ich doch nett so ja so auch gut so und so und nein nicht so so genau ach verdammt ich habe keine axt gebaut ach ist mir doch egal ich habe doch wusste irgendwas fehlt hier so was mein handbohrer der ist da da können wir die erde wird einschmeißen so so fünf so agavisch brusten so wahrscheinlich wie das für alle wäre sein ja 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 und so achte und ist ja sogar noch ein haus holy schilder muss den weg unterbohren und alles nö ist mir zu doof geht's weiter Oh, so ein Sein. Ei, ei, ei. Müssen wir mal nachschauen, welche die eine Quest, wo uns die hinführt, wo uns der eine Krieger oder was das war, diesen Stein mitgegeben hat. Wir schleppen es ihm schon seine Ewigkeit mit uns rum. Ich weiß gar nicht, was man denn machen soll. Also, wir sind schon, wir sollen abgeben, aber, ja, so langsam wird es lästig. Das kostet einen Haufen Platz im Inventar. Ein Slot, der fehlt. Ein einziger. Auch so ein Seinsstufe, holy shit. Nun machst du die Frage kurz, gibt es wenigstens Eisen? Ja, aber rohrgrüner Smaragd. Ah, da drüben sehe ich ihn schon. Bisschen, was dir denn nicht mal? Ah, doch, jetzt. Okay, los, komm, mein Digger. Oh, kann man blocken. Oh, kommst du jetzt cool vor? Kommst du jetzt cool vor? Kommst du jetzt cool vor? Ja, schrei doch. Und jetzt, sonst hört mich nicht. Bist du nicht gut? Yo. Pass mal auf, du hast einen Vogel vielleicht. Der kriegt ja Angst. So, das war's mit dir. Stirb. Wah, 23 Fangspunkte Kohle und gelbes Portalsteinfragment. Okay, damit kann ich leben. Was ist das? Hallo. Ja, genau du. Uh, der fordert sich. Ist ja mal ein Vitter-Scheiß. Yo. Yo, 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 yo. Nein, das war falsch. Das war falsch. Das war falsch. Das war falsch. Shit. Kann man die einfach so essen? Auf der Fünf. Muss ich erstmal wieder hochkommen. Wo ist mein Bohrer? Ja. 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 Hä? Ja, lösen wir die Kamera jetzt. Hä? Bist du ein bisschen dumm oder so? Ah ja, ich merke schon. Mit Hochbohren hast du es nicht so, ne? Ah ja. Muss ich die Logik jetzt verstehen, die sich dahinter verbergen soll? Äh, verber... Verber... Verberge... Verberge soll. Und tot. Wunderbar. Perfekt. Ah! Ja, selber schuld. Das... Flieg schon da runter. Total bescheuert. So, dich wohl die Frittieren. Komm her. Das wird dann halt nicht. Mach ja dich. Aua. Ich glaube, ich bin da definitiv zu früh dran. Aber ich brauche die Kristalle. Das ganze Shit. Ja. 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 So. Vielleicht nur Kristalle. Grüne. Genau solche. Genau die da. Wartet. So. Dann machen wir nicht einfach damit. Damage. Komm jetzt noch ein Stuffcraften und so. So. Weiter geht's. Wo ist denn da? Ach so. Ist ja wieder repariert. Wollt ihr nicht. Hurra. Usa. Ich wollte doch nur eine Fackel platzieren. Was geht denn bei dir für einen Film? Mich hier gleich halber killen. Bist doch verrückt. So. Und müssen wir Berries anbauen. Merke ich. Für Heidrenker. Wir können uns einfach so durchbohren. So gestörte. Einfach das Material abbluten. Das ist mir jetzt eine Idee, ne? So. Einmal. Zweimal. Das ist Kupfer, ne? Ja, ja. Genau. Kupferherz. Wir kommen jetzt mal nach oben weg. Wow. Der Freak wieder. Zwei von denen. Au. Huch. Huch. Der soll schon drei fliegen. Ja. Genau. Super. Das habe ich nicht gehabt geschafft, wenn ich so gesehen habe. Oder weniger. Ja. Komm her, du Gnom. Hui. Tschüss. Kommt lieber auf Oberflächen. Seid ihr jetzt weg? Nein. Hei, 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 hei. Was geht los? Ach, falsche Teile. Mein Fehler. Wobei, Heidling ist ein eh nicht verkehrt. Fuhlalalala. Ich weiß, ob der andere jetzt tot ist oder nicht, aber könnte sein. Halleluja, du. Ach so, komm mal. Badabelt an der Tuch, ne? Weiß man natürlich wieder 20.000. Ich nehme die andere, die ist präziser. So. Leveln, du. Oh, halt, 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 halt. Da geht es aber richtig tief runter. Sollte ich aber für zukünftige Gelegenheiten definitiv verschließen, das Loch. Weil, äh, wäre bad. Flammer ich von denen jetzt? 22. Ja, das reicht eh nicht. Wird eh für alles viel zu wenig sein. So viel sein, brauche ich nicht Zeit. Ich merke es gerade. Beim Abbauen echt Eisen. Weil das dauert gerade echt ewig. Gefühlt. Ich glaube, es ist ein Kupfer oder so, oder? Das ist ja echt lang. So, hier noch ein bisschen was wegkloppen. Da noch ein bisschen was wegkloppen. Und da noch busy. Ja, perfekt. Wunderbar, haben wir alles. Sehr schön. Gibt es hier noch was? Ah, da ist noch was. Und wie es immer überall ist, niemals drunter stehen und dann blockt man ab. Okay, in dem Fall macht es nicht, sondern wir respawnen halt wieder, weil tot und so, ne? So, aber ich glaube, es ist gerade zyniker und wir gehen wieder Richtung Heimat. Weil, da ist es wirklich glücklich, wie es aussieht. Und behaupte ich jetzt gerade mal ganz spontan. Und das machen wir nicht mehr lange mit, weil es sind halt auch schon extrem scharke Gegner und die teile übelst aus gerade. Falls immer eine Magierin hat und, ja, haben, ja, scheiß Equipment, könnte man sagen. Tada! Jetzt sind wir noch zu Hause. Ach, das ist nicht schön hier. So, den Zauberstab rausholen. Ich würde hier einen auf dicke Hose machen. Das ist eine Level-1-Stufe. Mach mal alles platt. So, jetzt werden wir kurz was gucken. Was brauchen wir denn für kupferbaren Smaragd-Dinger und Schuppen? Schuppen hatte ich, das weiß ich. Ich weiß noch nicht, wo ich die hatte, aber ich hab sie. So, Backpack. Ja, gut, das hat sich nicht viel getan. Passt. So, kurz auf. Kupferbaren haben wir einfach mal alle mit. So. Dann brauchen wir die Smaragd-Dinger. Wie viele? Was brauche ich dafür? Pulver. Gut, Baumwollstoff, das ist kein Problem. Was ist Pulver? So schweineteuer, Alter. Müssen wir uns erstmal gucken, dass wir Damage-Fuhrer sagen, dass wir die wegkriegen. Kupfer-Sense. Er hat halt Erdschaden, stark gegen Elektro- und Nahkampfschaden. Habe ich eigentlich nicht vor. Ich werde den machen, aber ich habe einen Kupferstab. Ist egal. Brauchen wir zwei von denen. Fünf Sekunden. Uiuiuiuiui. Das dauert jetzt aber lang, du. Dann gehen wir halt vom Dings auf den Zauberstab. Ich hoffe, das ist nicht so träge. Jetzt gerade mal so vom Gedanke her betrachtet. So. B für Butter. B für Butter. Okay. Dann haben wir noch kurz eins. Talente. Erhöhlten Stahl mit Stäben um 25%. Und ist es passiv aktiv? Nahkampfeingreifer sind drei Sekunden lang um 50% verlangsamt. Ah, okay. Gut. Aber es kann aber nicht. Wie gesagt, dann machen wir jetzt hier einen Cut. Und bei Portal Nights. Und sehen Sie uns das nächste Mal wieder. Das Like, Teil, kommentieren, abonnieren, bitte nicht vergessen. Danke fürs Mitbegleiten durch diese zerstörte, zerfetzte, komplett kaputte Welt. Aber wir als Hexe werden das schon irgendwie hinbekommen und das Schiff schaukeln. Mehr oder weniger. Je nachdem. Sehen wir dann. Aber mich hält es gut aus. Wir haben ein eigenes Haus. Da fehlt eine Ecke links oben. Naja. Egal. Ist nicht schlimm. In diesem Sinne. Auf Wiedersehen. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren. Wie reisen Sie jetzt? Wie kommt so? Rück am Stück. Und mit mir meine ich auch noch, dass die Leute aus Streamen mit dabei sind. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Hört mal. Ach, das war ja das. Wir können ja nicht rennen. Vergebe kribbelter Wetter. Verstehe trotzdem die eine Sache. Ich reise hier immer noch Monsters-Bahn. Nein, ich habe es nicht nachgeschaut, weil ich aktuell nicht dazu kam. So. Ich wollte daraus eben noch Kleidung machen. Was war da vielleicht überhaupt noch notwendig? Und zwar Baumwollstoff. So. Baumwollstoff bekomme ich ja hier. Und das war hier. Und das war Leinstoff. Was war das? Ich brauche noch Baumwollstoff. Das war Werkbank. Ach, ich bin böse. Und was ist das? Das ist... Warte mal. Jetzt bin ich irritiert. Ach so, das war's. Ach. Ich bin schon auf Werkbank. Ich will das hier. Lehrlings-Magier-Robe. Weiß ja nicht. Zehn Death. Und uns was hat... äh... Speer-Kappe? Warte mal. Haben wir das nicht an? Hä? Warte mal. Warte mal. Wo war's im Ventana mal? War das nicht E? Hä? T? Hä? Nichts doof? E? E war's. So. Das hat zehn. Und was hat das, was wir anhaben? Hat 30. Okay. Passt. So. Ähm. Benutzen dann du mal dich mal... Wie können wir dich upgraden? Wir brauchen zwei Eisenbahnen dafür. Eisenbahnen habe ich aber nicht. Beziehungsweise... Auch Eisenbahnen. Ach, verdammt. Äh. Werkbank zwei. Werkbank. 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 Ambers. Altar. Altar. Hochmutiger Hut. Ja, den wollte ich. Da brauche ich Baumolzstoff dafür. Und Smaragdstaub. Ah ja, also, dann geht's doch. Okay, naaas. Mann. Achso, nein. Die Tür auf. F. So. Äh. Böp, 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 böp. So. Kurz ändern. Okay, das ist echt nur gerade so kompliziert. Warte mal. Hätte ich hier nie was Effektiveres dafür. Äh, wenn mich schon jemanden im Kopf hat. Äh. B war es für Beutel. Ja, genau. B verbeutelt. So. So. Na, komm, komm. Machst du mit dem Gerät hier, weil da geht's nicht flutter. So. Muss nur aufpassen, dass ich das eigene Haus, da bin ich ja preis. Haha. Das wär's natürlich jetzt. So, Karattenpflanzen mag ich wieder an. Die brauchen bestimmt auch noch für irgendwas. So, Märchen mit. So. Zack. Zack. So. Nehmen wir mal links nur noch wieder alles anpflanzen. Äh, da kommt die Erde mal kurz raus. Und das mit der 50er Stacks, das ist eine Katastrophe. So. Na, na, na. Na, 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 na. Flum, 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 flum. Gartenarbeit ist mir am liebsten. Ist immer so spannend. Ich bin ziemlich sicher, dass wir mit der Zauberin meistens immer Baumwollstoffe oder so ein Schuss. Shit brauchen. Okay, ist leer Sekunde. Hab ja noch welche. Zack, 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 zack. Und ja, wir brauchen ein größeres Feld. Ach, das war's auch schon. Ja, gut, okay. Denk mal bitte die Märchen. So. Äh, ich weiß nicht so sonderlich viel. Jetzt bin ich jetzt gar nicht so überrascht drüber. Da freut. Äh, kupferbaren. Warte mal, das war da. Brauchen wir jetzt grad nicht. Die können nämlich da rein. Das nehmen wir noch mit. Das war das Maragd. Da war das Maragdstaub. Das Maragd so schön. Genau, perfekt. So, dann gehen wir jetzt mal rein. So, und jetzt brauchen wir Baumwollstoff. Das müssen wir als eine Werkbank machen. So. Werkbank. Baumwollstoff. Leinstoff. Baumwollstoff. Produzieren wir mal. 26 Stück. Das war das Maragd. 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 Untertitelung des ZDF, 2020